Norddeutscher Rundfunk 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 Wir fahren auf den Keller Filmst du gestritten? Bisschen ja Nicht alles aber Für Diana? Nein für mich Für Diana Macht ihr happy, dass du nächstes Mal mitkommst Nein, ich filme das als Erinnerung, weil ich hier nie wieder hinkomme. Sieht aber ein paar Pianen. Äh, Pianen. Pianen. Du hast mir eben eine Entscheidung gelegt. Um die Woche waren wir auch nicht, da neben YouTube-Usch. Habe ich voll durchs Gesicht hier. Was war denn jetzt denn mit dem Usch? Nein, Hans-Usch, Hans-Usch, Hans-Usch. Das ist ein bisschen guter, wenn es noch länger wird. Dann merkt man, dass ich... ... das ist ein bisschen besser. Ich meine, ein bisschen Ausschnitten wäre da draußen. Aber nein. ... das ist ein bisschen mehr. Ah, nein. Ja? Ja? Hier haben wir einen Platz genau. Ja. Hier haben wir einen Platz. Am einen ist schön, da kann man auch ganz schön sitzen. Ja. Aber da waren wir noch ein paar Leute nicht mehr. Aber ich war mit Dominik damals. Doch. Ja, denn ich habe ja von damals zum 50. eine Musical-Karte geschenkt gekriegt. Von Air Spray. Und gleich aber noch eine zweite Karte für meine beste Freundin. Da ist ja die Karte, die erste beste Freundin. Dann bin ich mit ihr... Dann bin ich nach Irn zum Vorher gefahren. Und dann sind wir vom Regenbauer aus. Wir sind ja vom Regenbauer aus mit dem Zugang gefahren. Da war es auch ganz schlimm dagegen. Da ging die Klimaanlage nicht. Das war so heiß. Und dann sind wir bis Köln. Da hat uns Dominik abgeholt. Dann sind wir... Dann haben wir schon Essen gegeben. Und alles. 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 Und dann kam nach dem Wochenende. Und dann kam der Bruder wie lange schon mal unterwegs an. Und die Bruder wie lange schon mal unterwegs an. Und dann kam der Bruder. Wir waren nur zwei Tage oder so. Und der Bruder hat so viel über drei Jahre. Und wir haben so viel erlebt. Ja. Und man hat so viel erlebt. Und man hat uns auch noch ein bisschen träge. Aber es ist ja schon immer noch ein bisschen... Ich hab mich vollkommen. Ich hab mich vollkommen. Ich hab mich vollkommen hier. Das ist vollkommen hier. Ja. Oh! 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 Hier kann es für uns nicht gut sein. Alle Touren hier. Alles so! Oh! Oh! Andere tanzen an der Stärmer nicht. Nein, das ist ein Zug von dem Platz. Ein Griechner mit der Allee. Ja, wie gesagt, da fängt es wohl. Soll ja sein, dass die Spur wieder weg ist. Fünf Minuten. Da hängt es in der Haus. Guter Kind. Papa, Papa. Die Borg-Lafel-Deggung kommt zu verschiedenen Auszugskrösten zu bauen. Ja, also. Vor allem die Reihen, die sie sind, ich weiß nicht, aber vielleicht fünf Zentimeter mehr. Ja, das ist nicht allein. Aber wir haben auch die Idee von Borg-Lafel, um das unterschiedliche Größe zu bauen. Ja. Vor allem, dass hier bis nach dem hier, nach dem rein, nach dem rein. Ja. 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 Ja.